Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 und die Zukunft unserer Kinder. Wem der Klimawandel Angst macht, kann der eigentlich auf die Politik warten? Muss er nicht bei sich selbst anfangen, weniger fliegen, weniger Fahrvergnügen, weniger Fleisch? Und müsste die Politik nicht wenigstens solchen Verzicht belohnen und Verwendung, Verschwendung bestrafen mit höheren Steuern und Abgaben auf CO2 und Naturverbrauch? Darüber wollen wir heute reden mit diesen Gästen. Max Mohr, der Moderator und Bio-Landwirt, sagt, Das Wort Verzicht ist ganz falsch. Wir müssen das System ändern. Robert Habeck, der Grünen-Vorsitzende, fordert, wir brauchen jetzt echte Lösungen. Wetterextreme sind zur Regel geworden. Wolfgang Kubicki, der Vize-Chef der FDP, erwidert, deutscher Klimanationalismus wird die Erderwärmung nicht bremsen. Mojib Latif, der Klimaforscher ist pessimistisch. Der Ausstoß von Treibhausgasen nimmt zu. De facto gibt es keinen Klimaschutz. Petra Pinzler hat mit ihrer Familie ein Jahr lang versucht, klimafreundlicher zu leben. Und Svenja Schulze, für die Bundesumweltministerin steht fest, Wir werden unsere Klimaziele verfehlen. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Sehr herzlich willkommen hier aus der Runde. Ja, liebe Zuschauer, die Wissenschaft, vielen Dank. Die Wissenschaft sagt ganz klar, die Sommer werden heißer und nicht nur diese eine. Deutschland flimmert. Hitze seit Wochen. Bauern beklagen Dürre. Fischer, ein Fisch, sterben. Die Trockenheit, sichtbar selbst aus dem All. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst schickt dieses Foto von Mitteleuropa und schreibt, alles vertrocknet und braun, was eigentlich grün sein sollte. Und was tun wir? Wir fliegen weiter, als ob nichts gewesen wäre. In den Urlaub, auf Geschäftsreise, zu Dumpingpreisen. Einmal Mallorca verursacht pro Fluggast so viel CO2 wie ein Jahr Autofahren. Der Absatz von SUVs und Geländewagen stieg 2017 in Deutschland um 15 Prozent. Kleinere Autos verkaufen sich schlechter. Der CO2-Ausstoß steigt also im Schnitt. Fast 60 Kilo Fleisch essen wir Deutsche pro Jahr. Dabei produzieren industrielle Landwirtschaft und Tierhaltung mehr Treibhausgase als die Industrie. Verbraucht Ackerflächen und Wasser. Wir Deutsche leben weit über unsere Verhältnisse. Bereits Ende April waren alle natürlich verfügbaren Ressourcen für 2018 aufgebraucht. Würden alle Menschen weltweit so leben, bräuchte es zweieinhalb Erden. Das hat die Non-Profit-Organisation Global Footprint errechnet. Würde Verzicht das Klima retten? Und sind wir dazu bereit? Max Mohr, viele Menschen kennen Sie als Moderator und als Schauspieler. Sie haben mit Ihrer Frau noch bis in das vergangene Jahr hinein in Brandenburg einen Biohof betrieben mit Tierzucht. Wie wäre dieser Sommer Ihrem Hof und Ihren Tieren bekommen? Also wir betreiben den Hof immer noch, den gibt es noch. Allerdings haben wir tatsächlich die Tierzucht aufgegeben, was sehr schmerzhaft war. Jetzt aber bin ich tatsächlich froh. Also wir werden spätestens jetzt endgültig ruiniert. Also nicht wirklich, weil wir ja nicht nur Bauern sind, sondern ich eben noch andere Einkommensquellen habe. Aber es wäre, es wächst einfach nichts. Wir haben vier Millimeter Wasser gehabt im August. Das heißt, ein Vielfaches dessen, was verdurstet. Die Wiesen sind in der Tat, ich habe meinen Rasenmäher, also jeder Hobbygärtner weiß das, seit Mai nicht mehr angeworfen, weil einfach nichts zu mähen ist. Das heißt, wir müssten, also wenn wir es noch die 160 Tiere hätten, müssten wir für rund 50.000 Euro Futter zukaufen. Keine Ahnung woher, weil in ganz Europa gibt es kein Heu. Das heißt, wir müssten dann das tun, was ich auf keinen Fall hätte tun wollen. Wir müssten auf andere Futtermittel, sprich menschliche Konkurrenz, Getreide zu umsteigen. Und wir haben ja großen Wert darauf gelegt, dass die Tiere nur das fressen, was wir auf der Weide finden oder was wir im Sommer für den Winter in Form von Heu ernten. Also wir wären platt einfach vorbei. Wolfgang Kubicki, gibt es eigentlich irgendjemanden noch in Ihrer Partei, der den Klimawandel leugnet oder sagt, es ist eine Erfindung der Grünen? Ich kenne jedenfalls niemanden. Ich kenne viele in meiner Partei. Ja, es gibt auch niemanden, der sich so äußert bei uns. Also Klimawandel findet ja eh immer statt. Die spannende Frage ist, was ist menschlich bedingt, was setzen wir obendrauf und welche Maßnahmen kann man ergreifen, um das ja von allen getragene 2-Grad-Ziel bis 2050 wirklich zu erreichen. Darüber soll es heute die Diskussion geben. Svenja Schulze ist bei uns, die Bundesumweltministerin. Frau Schulze, die Reaktorkatastrophe in Japan hat die Bundeskanzlerin damals bewogen, für den Atomausstieg zu plädieren und sich dafür einzusetzen. Könnten ein, zwei Sommer dieser Art, wie wir sie erlebt haben, so einen Fukushima-Effekt auch in Bezug auf den Klimaschutz auslösen? Was denken Sie? Naja, wir sind ja in Wirklichkeit schon ein bisschen weiter. Wir haben es ja geschafft, mit dem Pariser Klimaschutzabkommen uns in der ganzen Welt daraus zu einigen, dass wir was tun müssen. Wir haben das in Europa umgesetzt und wir haben verbindliche Ziele für Deutschland, die wir auch 2030 erreichen müssen. Also da gab es den Weckruf schon, es passiert was und wir werden das in Deutschland auch nach vorne bringen. Wir planen jetzt ja gerade ein Klimaschutzgesetz, also ein Gesetz, was dafür sorgt, dass das, was wir uns vorgenommen haben, auch wirklich umgesetzt wird, dass die Schritte beschrieben werden, wie wir unsere Ziele erreichen. Weil was wir diesen Sommer erlebt haben, was wir erlebt haben bei den Starkregen, das sind die ersten Vorboten dessen, was wir als Klimawandel bezeichnen. Wir merken es jetzt auch hier bei uns in Deutschland. Und es ist ganz klar, wir müssen was tun für unsere Menschen hier, für die Wirtschaft, für die Industrie und dafür, dass wir auch eine Zukunft haben, wo es hier sich noch angenehm leben lässt. Erstmal haben wir die eigenen Klimaschutzziele gerissen, dazu werden wir später noch kommen. Robert Habeck ist jetzt neben Ihnen einer der zwei Vorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen. Ich meine diese Frage nicht zynisch, Herr Habeck, aber leiden die Menschen schon genug unter dem, was klimatechnisch passiert, um sich ganz stark und massiv für harte politische Maßnahmen einzusetzen? In der Tat klingt die Frage zynisch. Wir haben wohl ein Problem, abstrakte Daten und abstrakte Warnungen auf unser Leben zu beziehen. Alle miteinander. Und deswegen passiert auch nichts. Also Frau Schulze in den Ausführungen ehren, aber Deutschland hat die letzten zehn Jahre nichts auf die Kette gekriegt. Gar nichts. Und im Zweifel die Europäische Union bei Vorgaben zur Reduktion bei Autoabgasen oder bei Landwirtschaft oder bei Kodekraftwerken immer gebremst. Liegt alles auf dem Tisch. Wir könnten jetzt agieren. Was machen wir? Kommission und Kommission. Wir sind super da drin, in der Gegenwart Klimaziele aufzugeben und sagen immer, aber 2030, dann werden wir die einhalten. Das ist wie Stephen Hawking, der gesagt hat, die Weltformel habe ich in 40 Jahren. Und als nach 40 Jahren gefragt wurde, wann ist die Weltformel, hat er gesagt, ich hatte recht. In 40 Jahren habe ich die Weltformel. So agiert die Bundesregierung und so agiert Deutschland. Und ja, ich glaube, konkrete Hitze macht den Druck dann irgendwann so groß, dass die Leute sagen, das wird so nicht weitergehen. Es ist ja nicht nur die Landwirtschaft, die leidet, sondern Leute haben Herz-Kreislauf-Probleme, die Städte sind überhitzt, man kann nicht mehr arbeiten, man kriegt Hitze frei. Es kommt im Leben an und wenn das nichts ändert politisch, dann ändert gar nichts mehr. Offensichtlich zweifelt aber niemand mehr daran, dass sich etwas verändert hat und zwar zum Schlechten. Und insofern ist es offensichtlich auch kein Erkenntnisproblem. Wir freuen uns, dass Professor Mujib Latif bei uns ist. Er ist Klimaforscher und Meteorologe am Geomar in Kiel. Herr Professor Latif, wenn die Mehrheit der Wissenschaft, wenn die Bürger, wenn die Politik eigentlich weiß, dass wir einen echten Klimawandel erleben, warum passiert dann so wenig? Was sagen Sie? Ich würde noch mal auf Herrn Kubicki eingehen. Die Frage, ob die Hauptursache der Mensch ist oder nicht, die ist schon nichts beantwortet. Die Hauptursache für den Klimawandel, den wir in den letzten Jahrzehnten schon erlebt haben und den wir auch in der Zukunft weiter erleben werden, ist der Mensch. Da gibt es keine zwei Meinungen, zumindest nicht in der Wissenschaft. Es gibt natürlich immer pseudowissenschaftliche Abhandlungen im Netz und so weiter. Aber das ist einfach nicht seriös. Und ja, das große Problem ist tatsächlich, dass es in der Politik nur Ankündigungen gibt. Paris war die 21. Weltklimakonferenz. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist eine Absichtserklärung, nicht mehr und nicht weniger. Da haben sich also die Länder zusammengesetzt und durften freiwillig bestimmen, was sie bereit sind zu tun. Und im Pariser Klimaabkommen steht, ja, wir möchten die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzen. Was ich begrüße. Tolles Ziel. Aber wenn Sie dann das zusammenzählen, was die Länder auf den Tisch gelegt haben, landen Sie irgendwo bei 3, vielleicht 4 Grad. Und ich als Wissenschaftler bin nun mal ein Mann der Zahlen. Ich kann mir für Ankündigungen nichts kaufen. Und was ich sehe, ist, dass der Gehalt an Treibhausgasen, seit es diese Verhandlungen gibt, seit über 20 Jahren, immer weiter steigt. Und deswegen sind einfach Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinander, wie sie gar nicht weiter auseinander liegen könnten. Könnten. Und nun sind natürlich die zwei entscheidenden Fragen. Muss in allererster Linie die Industrie etwas an ihrem Treibhausgasausstoß verändern? Oder müssen es wir, die Verbraucher, auch endlich in unser Leben inkludieren und bescheidener werden? Naja, das ist ein globales Problem, das natürlich auch alle Menschen angeht. Und insofern müssen auch alle gesellschaftlichen Gruppen und jeder Einzelne und jede Einzelne natürlich auch beitragen. Entsprechend der Leistungsfähigkeit. Aber ein Punkt ist mir schon wichtig, gerade auch was die internationalen Verhandlungen angeht und was die internationale Politik angeht. Es muss ja irgendwo auch das Verursacherprinzip gelten. Das heißt beispielsweise immer, wir Deutschen können ja das Klima gar nicht retten. Das stimmt. Wir haben nur einen geringen, absoluten Ausstoß. Aber wenn Sie es mal pro Kopf betrachten, jeder Deutsche und jede Deutsche entlässt im Schnitt 10 Tonnen CO2. Und ein Inder beispielsweise und eine Inderin nur knapp zwei. Nun stellen Sie sich mal vor, über eine Milliarde Inder würden ihren Ausstoß um einen Faktor 5 erhöhen. Dann können wir alles vergessen. Dann hätten wir buchstäblich Ende des Jahrhunderts so etwas wie eine Klimakatastrophe. Das heißt also, wir sind als Deutschland einfach nicht glaubwürdig. Und wir verlieren unsere Glaubwürdigkeit und das Vertrauen, das andere Länder in uns haben oder uns entgegengebracht haben. Und das ist ein Riesenproblem, wenn wir unsere eigenen Ziele reißen. Wie macht es eigentlich ein Meteorologe und ein Klimaforscher wie Sie? Wie halten Sie es mit diesem schlechten Gewissen und auch mit der Inkonsequenz, mit der wir alle irgendwie klarkommen müssen? Ja, ich habe natürlich genauso ein Problem. Ich versuche aber im Kleinen etwas zu tun. Also es steht mir fern, jetzt hier irgendwelche Vorschriften machen zu wollen. Aber ich habe zum Beispiel mein persönliches Tempolimit. Ich fahre nur 100 auf der Autobahn. Man muss ja nicht immer warten, bis irgendwelche Gesetze erlassen werden. Man kann ja selbst was machen. Ja, wir reden, ich weiß nicht, seit Jahrzehnten über Tempo 100. Ja, ich mache es einfach. Und ich spare übrigens auch jede Menge Benzin. Bin viel entspannter, wenn ich sehe, was auf der linken Spur los ist. Ich denke, sind die denn wahnsinnig? Was machen die da eigentlich? Ich zuckele da vor mich hin, komme entspannt an und habe am Ende auch noch Geld gespart. Das ist eine Sache, die ich tue. Ich fahre gerne Fahrrad. Auch da muss ich sagen, das ist gut für ein Body. Das heißt, es geht hier gar nicht um Verzicht. Es geht eigentlich nur um Gewinn. Der Autofahrer und Klimafirscher Multiplativ ist bei uns und kommt mit in die Runde. Und damit sind wir bei der Frage, Max Moor, wer ist eigentlich schuld an dieser Klimasauerei? Ist es der Verbraucher? Ist es die Industrie? Ist es die Politik? Sind es irgendwie alle? Das ist in der Tat das System und deswegen bin ich eben auch pessimistisch, weil Systeme zu ändern, auch international oder weltweit, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Trotzdem möchte ich ein bisschen träumen. Ich glaube, mir geht auf Deutsch gesagt schon langsam gegen den Strich, dass immer mit diesem schlechten Gewissen gearbeitet wird. Natürlich gebe ich Ihnen recht, jeder kann was tun, aber es ist einfach billig geworden zu sagen, ja, das liegt am Einzelnen, der muss halt jetzt verzichten, der muss halt tun wir. Ich meine, ich kann überhaupt nicht mehr mich bewegen in diesem System ohne schlechtes Gewissen. Es sei denn, ich lebe mich nackt in den Wald und auch da werde ich noch ein paar Ameisen zerdrücken. Also man kann nicht die Autos erfinden und die Autos sagen, wir brauchen Arbeitsplätze, SPD, wir brauchen Arbeitsplätze, das ist alles heilig und das zulassen. Es wäre ganz einfach, wir müssten nicht verzichten, wenn es die Dinge nicht gäbe. Warum werden SUVs gebaut, warum gibt es die überhaupt? Niemand würde auf die Idee kommen, einem übergewichtigen Kind eine Schwarzwälder Kirschtorte hinzuschneiden und sagen, so und jetzt verzichtest du aber. Sondern man legt doch Wert darauf, dass diese Kirschtorte im Leben dieses Kindes überhaupt nicht mehr vorhanden ist, dass es gar nicht mehr daran denkt, sondern dann nur noch in Kategorien Spinat denkt. Der Mensch funktioniert nicht über Verzicht. Wenn ich einen SUV habe, ich kann den Grund zwar nicht nachvollziehen, der Mensch ist ein Wesen, das sagt, warum fährst du SUV? Weil ich kann. Das ist der Grund. Und der Mensch tut immer, oder weil ich die Blondine besser kriege, oder was auch immer. Sie. Warum gibt es die? Und wenn relativ zu Recht vom Verursacherprinzip, dann muss ich sagen, wenn wir schon Schuldige suchen, also diese christlich-abendländische Tradition muss ich immer die Schuldfrage klären. Wenn wir aber die Schuldfrage wirklich klären, dann sind es die Verursacher. Ich kann das Plastik natürlich einsparen im Alltag, aber warum gibt es die Scheiße eigentlich? Das ist eine gute Frage. Wir müssen, sagen die Grünen, Robert Habeck, etwas an unserer Lebensweise ändern. Wer ist eigentlich dieses Wir? Wer soll sich davon angesprochen fühlen? Und müssen es manche vielleicht, um dem Gedanken zu folgen, ein bisschen mehr als andere? Das ist ein politisches Wir. Und deswegen folge ich Herrn Mohr in der Analyse, aber bin viel hoffnungsvoller. Ich glaube, es ist ausgeschlossen, Mujib Patif hat das ja eben auch gesagt, wenn wir darauf setzen, dass alle Menschen sich perfekt benehmen. Erstens wäre es sehr freudlos, dann sind wir alle Engel und Engel sind bekanntermaßen geschlechtslos und die haben auch keinen Spaß im Leben. Das ist gar nicht angezeigt und es wird auch nicht funktionieren. Ich meine, wir können jetzt über Klimaverzicht reden, aber was ist mit sozialen Standards und zu welchen Bedingungen sind unsere Klamotten genäht? Also das ist fast unmöglich im individuellen Bereich alles richtig zu machen und auch gar nicht erstrebenswert, weil wir dafür ja die Politik haben. Und das ist ja die frohe Botschaft dabei, dass wir gar nicht alle perfekt sein müssen, aber wir könnten bessere Regeln machen. Und da, das ist eigentlich viel einfacher. Man kann das System noch viel einfacher ändern. Gerade die SUVs sind doch ein gutes Beispiel. Oder unsere Handys. Ich meine, man kann Handys nicht reparieren. Nach zwei, drei Jahren gehen die kaputt, weil die Hersteller die Dinger so bauen, dass die Zellen an den Batterien liegen. Die immer heiß sind, dann gehen die kaputt. Machen wir doch ein Gesetz, dass man Handys aufmachen kann. Ist das doch kein Voodoo. Wir können das ganz leicht, bestimmte Regeln ändern und dann kommen wir Schritt für Schritt voran. Da sind wir schon bei den Konsequenzen der Politik und vielleicht bleiben wir trotzdem noch mal eine Sekunde bei den Dingen, die wir verändern können. Ja, die Ferienzeit ist vorbei. Wir alle sind geflogen hin oder weg vom Urlaubsort. Und das Fliegen ist tatsächlich ein großes Klimathema und ein großer Klimasünder. Kann man eigentlich mit dem Flug nach Mallorca oder wieder zurück das Klima mehr schädigen und ein größeres Verbrechen anstellen als mit einem Flug? Eigentlich nicht. Wenn man einmal fliegt, beispielsweise nach Mallorca, das ist ungefähr so, als wenn man ein Jahr Auto fährt. Das heißt, es sind schon gigantische Mengen an Treibhausgasen, die wir ausstoßen. Es ist ja auch nicht nur, gerade beim Flugverkehr, nicht nur der direkte Ausstoß, sondern es entstehen dadurch auch die Kondensstreifen. Aus den Kondensstreifen können auch dann weitere Wolken entstehen. Und das sind hohe Wolken und die führen eben auch noch mal zu einer zusätzlichen Erwärmung. Das heißt, es gibt da noch verstärkende Prozesse beim Flugverkehr. Und insofern darf man nicht nur das CO2 betrachten. Aber ich meine, der Punkt liegt doch auf der Hand. Das Fliegen ist doch viel zu billig. Also ich rede über das Verursacherprinzip. Und es kann doch nicht angehen, dass man für 10 oder 20 Euro da irgendwo hinfliegt, nach Mallorca. Wo sind wir denn? Also wer CO2 ausstößt, wenn ich das noch sagen darf, wer CO2 ausstößt, der soll dafür zahlen. Aber dann kommt immer sofort die Debatte, die Oma und ich weiß nicht wer, die können dann nicht und so weiter. Nee, die sollen zahlen, aber mit dem Geld. Ich bin immer für unkonventionelle Methoden. Mit dem Geld können sie dann meinetwegen die Kindergärten freimachen. Oder die Schulen endlich mal sanieren. Oder sonst etwas machen. Und dann haben sie nämlich zwei Dinge. Auf der einen Seite die Lenkungswirkung, dass die Leute weniger arbeiten. Und auf der anderen Seite können sie auch was Gutes machen. Experten würden sagen, das ist eine ökologische Steuerreform. Eine ökologische Steuerreform. Da schüttelt Herr Kubicki aber sowas von den Kopf. Nein, gar nicht. Ich finde solche monopausalen Erklärungen immer ganz toll. Weil ich will mal darauf hinweisen, bis zum Jahr 2015 ist der Diesel von der Politik subventioniert worden. Sie mussten keine Kfz-Steuer bezahlen, weil er weniger CO2 ausstößt. Da ist man festgestellt, dass er mehr Stickoxide ausstößt. Die Grünen haben propagiert und andere auch, wir sollen Holz verbrennen, Pellets. Jetzt wissen wir, dass die Feinschaubbelastung durch Holzverbrennung exorbitant steigt. Das heißt, wir müssen überlegen, ob die Lösungsmöglichkeiten, die wir vorschlagen, tatsächlich Schritt halten mit den Notwendigkeiten, die anstehen. Ich bin für Bepreisung. Wenn wir CO2, einen CO2-Steuer einführen, einen CO2-Preis einführen. Das ist interessant, das sagt der BDI auch. Also Sie sagen, weg mit den Subventionen und den CO2-Ausstoß einpreisen. In dem Moment, in dem Sie dem CO2-Ausstoß einen Preis geben, machen Sie den CO2-Ausstoß teuer. Dann kommt eine soziale Komponente dazu, würde man Frau und Robert sofort sagen. Wir müssen aufpassen, dass die, die kein Geld haben, trotzdem noch an dem Teil haben können. Das kann man ja anders regeln. Aber in dem Moment, in dem Sie den Preis auch mal weiter ansteigen lassen, zwingen Sie dazu, durch Innovationen die Hersteller Güter herzustellen, die weniger CO2... Okay, Sie sagen, es gibt also kein Menschenrecht auf Billigflüge, für 30 Euro nach Barcelona. Es gibt auch kein Menschenrecht, in Berlin-Mitte zu wohnen. Das ist nicht von mir, das ist von Bovereit, das ist ein SPD-Mann. Es gibt tatsächlich kein Menschenrecht, aber die Menschen haben ein Recht, sich entscheiden zu können, ob sie beispielsweise beim Essen sparen und dafür in den Urlaub fliegen wollen. Ihnen das verbieten zu wollen, ist nicht meine Art. Die Menschen sollen selbst entscheiden, was sie machen wollen. Zwei Fragen an die geografisch rechte Seite. Frau Schulze, wie erklären Sie jungen Menschen, dass sie jetzt irgendwie sich nicht die Welt angucken sollen, sondern zu Hause bleiben, wenn Fliegen eigentlich so billig ist? Wie erklärt man das? Das möchte ich gar nicht erklären, weil ich falte von diesem Weg, mit erhobenem Zeigefinger da zu stehen und zu sagen, jetzt verhaltet euch individuell mal anders, halte ich nicht viel. Das muss man auch tun, aber ich glaube, es braucht die richtigen Rahmenbedingungen. Und wir sind selten einer Meinung, aber ich finde auch, dass es einen Preis für Verschmutzung geben muss. Wir haben diesen Preis für den Energiesektor. Da funktioniert das inzwischen ganz gut. Das europäische System sorgt dafür, dass große Energieunternehmen für CO2-Ausstoß zahlen müssen. Der Preis war am Anfang mal drei Euro, jetzt sind wir schon bei 20 Euro. Und das wird noch weiter steigen. Damit gibt es einen Anreiz, CO2 einzusparen. Und ich bin dafür, dass wir das auch in anderen Bereichen machen. Das wäre eine Veränderung der Steuer, die muss man sozial abfedern. Aber das würde einen klaren Anreiz setzen, CO2 zu reduzieren. Nun haben wir in der Regierung was im Süden, die das absolut nicht wollen. Ich lasse mich aber nicht davon abhalten. Ich will das weiter diskutieren, weil ich das genau für den richtigen Weg halte. Die, die dagegen protestieren, sitzen gegebenenfalls auch in der Bundesregierung. Wir kommen dazu noch. Und ich möchte ganz kurz noch mal bei unserem eigenen Verhalten bleiben. Stichwort die grünen Wähler, Herr Habeck. Also nur Bio einkaufen, Verpackung einsparen, immer nur mit dem Rad zur Arbeit fahren und dann zum Wandern, aber nach Nepal. Ist das nicht auch so ein bisschen grüner Lifestyle? Aber wir gehen Fahrrad nach Nepal. Klar sind Klischees langlebig. Aber man muss natürlich auch zugeben, ohne dass ich jetzt hier Wahlkampfreden halten will, dass die Beschlüsse, die meine Partei fast permanent gegen die dann so kulpartierten und etwas vollschnittartigen eigenen Interessen gerichtet sind. Denn das, was Mojit Plativ gesagt hat, ist ja, und was jetzt irgendwie viel Zustimmung gefunden hat, finde ich ja auch super. CO2-Bepreisung bin ich sofort dabei. Aber ist es ja so, dass wir im Moment den Flugverkehr auch noch begünstigen? Also wenn wir erst einmal die Subventionen abschaffen würden, auf alles ersteuert, auf jedes, jeden Liter Benzin, der verbraucht wird, nur nicht auf Flugbenzin. Das ist doch, also, das ist genau, wie ich es vorhin schon sagte, das ist natürlich super anspruchsvoll und auch völlig richtig, jetzt erst einmal CO2 einen Preis zu geben. Aber das Naheliegende, die Subvention, also die Freistellung von Steuern, die könnten wir morgen aufheben. Da müssen wir gar nichts Neues erfinden müssen, aber wir in die Rolle kriegen. Dann nehmen wir gleich den Ball wieder zurück zu Frau Schulze. Das ist doch wahnsinnig, immer über Wolkenkonzepte zu reden, statt das Mögliche nun mal zu tun. Ja, und sagen, es werden ganze Wirtschaftszweige, Frau Schulze, mit Subventionen bedient, die tatsächlich das Klima massiv schädigen. Diesel ist ausgenommen von der Energiesteuer, Kerosin ist ausgenommen von der Energiesteuer. Wir haben das Dienstwagenprivileg, es gibt die Pendlerpauschale. Was sagt die SPD-Politikerin zu der Frage, diese Subventionen sind eigentlich alle schädlich? Und wann steigen die ersten SPD-Wähler aus, denen Sie das vorschlagen, dass die Preise steigen? Naja, es geht nicht um, also wir müssen das System verändern, was wir haben. Wir müssen die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Das ist ein tolles Wort. Und das Kerosin, da haben wir es geschafft, dass wir das jetzt mit in den Emissionshandel bekommen. Dass wir das nicht national regeln, sondern international. Weil die Flugverkehre sind nicht national in erster Linie, sondern international. Das finde ich den ersten richtigen Schritt. Und ich finde eigentlich der Anspruch an so eine große Ingenieurnation wie Deutschland, muss doch sein, dass wir das Fliegen klimaneutral kriegen. Wir haben gerade einen großen Modellversuch gestartet, das finanziert auch das Bundesumweltministerium, wie wir das Flugbenzin anders produzieren können, sodass es klimaneutral ist. Ich glaube nicht, dass wir die Leute abhalten werden zu fliegen. Wir fliegen einfach gerne auch in Urlaub. Und ich finde diesen erhobenen Zeigefinger auch nicht richtig. Sondern wir müssen es so hinkriegen, dass man so fliegen kann, dass es für das Klima nicht schädlich ist. Und ich bin davon überzeugt, dass das geht. Wir könnten auf Binnenflüge ohne Rücksicht auf internationale Absprachen sofort eine Steuer auf Kerosin machen. Das könnten Sie morgen im Kabinett beschließen. Nur beim Tanken. Das ist gar kein Problem. Nur beim Tanken. Also dieses Agieren, 2040 werden wir super sein im Klimaschutz, aber 2020 leider erbärmlich. Das muss doch mal gestoppt werden. Also deswegen nicht immer nur auf die anderen zeigen und das Mögliche jetzt auch mal tun. Und deswegen, Frau Schulze, ich weiß, das Umweltministerium ist ein ökologisch super aufgestelltes Haus. Aber die Schlagkraft der SPD oder in der SPD und die Ergebnisse der letzten zehn Jahre sind desaströs. Also wir haben nicht, wir haben, ist es nicht mehr so, dass wir uns darüber drüben können, wir reiten vorweg und machen vorbildliche Politik und der Rest der Welt folgt uns. Wir sind, wir sind kein Vorbild. Wir haben nichts auf die, wir, die CO2-Emissionen steigen und steigen und steigen und selbst die einfachen Dinge werden nicht umgesetzt. Wir kommen noch zu unserer Vorbildrolle. Ich möchte gerne die FDP noch mal fragen, Herr Kubicki, Sekunde. Sie sind eigentlich grundsätzlich gegen Subventionen. Nochmal ganz kurz bei diesem Punkt bleiben. Es gibt ganz viele Subventionen, ich wiederhole mich, die nachweisbar das Klima schädigen. Warum schaffen wir die nicht ab und preisen CO2 ein? Ja, beim Flugbenzin geht das eben deshalb nicht, weil sie die Steuer oder was auch immer an der Tankstelle erheben müssen. Und wenn die Flugzeuge im Ausland tanken, nützt uns das überhaupt nichts. Und das ist ja das Problem. Wir verlieren, entweder wir machen das europaweit oder weltweit in gleicher Weise oder wir verlieren unsere Wettbewerbsflüge. Internationale Flüge sind sogar Mehrwertsteuer befreit. So ist es. Und die Binnenflüge kannst du doch morgen steuern. Die fliegen ja nicht zum Tanken nach New York und kommen dann wieder zurück, um von München nach Hamburg zu fliegen. Das ist doch Quatsch. Das ist gerade nicht Quatsch. Es sind früher unheimlich viele Schöne nach Helgoland gefahren, weil sie da steuerbefrei tanken konnten, Diesel tanken konnten. Also da hat sich das gelohnt. Ach, Helgoland? Helgoland E-Mobilität. Leute, die haben keinen Flugplatz. Überall dort, wo die kooperativen Kostenvorteile bestehen, machen die auch einen Umweg von 150 Kilometer, wenn es sich für sie lohnt. Das ist doch logisch. Aber unabhängig davon, um bei Frau Schulze zu bleiben, was wir machen könnten, da sind wir gar nicht interessanterweise gar nicht so weit voneinander entfernt. Wir könnten den Verkehrsbereich in den Emissionshandel einbeziehen und zwar komplett. Da muss die Bundesregierung aber gleichzeitig bereit sein, Zertifikate auszukaufen, rauszunehmen aus dem System, weil sie sonst dazu beitragen, dass wegen der komparativen Kostenvorteile die Verschmutzung, sozusagen nicht nur Industrien, sondern die Verschmutzungsmobilität begünstigt wird, weil es sich für die nicht lohnt, neu zu investieren und neue Innovationen an den Markt zu bringen. Da sind zu viele, das muss man nochmal erklären, da sind im EEG natürlich viel zu viele Scheine. Der Preis ist zu billig für diese CO2-Emissionen oder für die entsprechenden Scheine dafür, um sich dafür zu befreien. Und das, was wir einsparen, können andere mehr an CO2... Es lohnt sich, Kohlekraftwerke zu fahren mit der Emissionshandel, weil eine neue Errichtung teurer wäre für die Unternehmen als... Wir kommen auch, ich verspreche hoch und heilig, da zum EEG und zur Kohle noch und zum EEG noch und würde trotzdem gerne nochmal sagen, wie reagieren wir eigentlich als Bürger? So wollten wir... Auf Preise. Überpreise, so wollten wir anfangen und interessanterweise sagt die Politik heute auch, man darf das nicht mehr mit Empfehlungen oder mit gehobenem Zeigefinger machen. Warum ist das eigentlich so und warum waren die Grünen schon mal ein bisschen mutiger? Schauen Sie mal. 5 Mark pro Liter Benzin. Urlaubsflüge, nur noch alle 5 Jahre? Grüne Ideen, die 1998 den rot-grünen Wahlsieg in Gefahr brachten. Vollbremsung durch den SPD-Kanzlerkandidaten. Schon gar nicht geht mit uns 5 Mark für einen Liter Sprit. Und ich sage Ihnen, bevor ich abfuhr, habe ich mit meiner Mutter telefoniert. Die ist 85 Jahre alt. Und die hat dann in der Bild am Sonntag gelesen, dass sie erst wieder in 5 Jahren nach Mallorca darf. Das könne Schröder nicht mal seiner Mutter erklären. Ende der grünen Ideen. Neuer Versuch. Weniger Fleisch. Bundestagswahlkampf 2013. Ein Veggie-Day also, auf Deutsch könnte man sagen ein Gemüsetag. Ökologisch sinnvoll, sprachlich schwierig. Ein Veggie-Day in den Kantinen in der Woche als Möglichkeit ist ein großer Schritt. Wir wollen Wurst! Der politische Gegner wittert Öko-Diktatur. Weil uns diese grüne Verbotskultur ein wenig auf die Nerven geht. Die Wahl 2013 ging für die Grünen verloren. Vom Veggie-Day spricht heute keiner mehr. Der Veggie-Day ist im Grunde Wurscht. Ein Veggie-Day pro Woche in der Kantine. Ein wahnsinnig banaler und eigentlich auch zarter Vorschlag. Warum haben die Grünen damit so einen Shitstorm geerntet? Und warum ist jetzt irgendwie sogar bei den Grünen verboten verboten? Ne, verboten ist nicht alles verboten. Sondern im Gegenteil, man hat es ja schon gesagt, ich weiß nicht, wenn wir über Plastik reden, Mikroplastik in der Zahnpasta, von mir aus, können wir das morgen verbieten. Da hat die Menschheit nicht drauf gewartet. Das war das Problem, das ich vorhin schon skizziert habe, dass es an das individuelle Verhalten im Alltag appelliert hat. Und deswegen war der Veggie-Day eigentlich keine Überforderung, also wir haben den Menschen zu viel zugemutet, sondern eine Unterforderung. Also Politik scheitert auch daran, dass sie große Lösungen zu klein macht, eigentlich permanent. Moment, was ändert sich an der landwirtschaftlichen Haltung, wenn in öffentlichen Kantinen, der Dönerladen neben dem Ei kann natürlich machen, was er will, am Donnerstag Nachmittag kein Fleisch angeboten wird? Sie sagen, es war ein lächerliches Angebot. Ja, sozusagen hätten wir gesagt, es werden nicht mehr Tiere gehalten, als die Fläche hergibt, Futter, dann hättest du zu Recht eine Debatte geführt, die wirklich was ändert. Das wäre sozusagen Ordnungsrecht gewesen, das hart gewesen wäre. Das hätte jeden Aufschrei gerechtfertigt, das wäre eine gesellschaftliche Konfrontation gewesen, die es gelohnt hätte. Das war zu klein, das war zu klein. Max Mohr, 15 Jahre Bio-Bauernhof mit Galloway-Rindern, korrigieren Sie mich, und anderen. Mit den bösen, klimaschädlichen Tieren, ja. So, und wir haben immer noch einen pro Kopf Fleischverbrauch, wir Deutschen, von 60 Kilogramm. Könnte es ein bisschen weniger sein? Natürlich kann es ein bisschen weniger sein, und auch da ist wahrscheinlich die Preisfrage. Ich habe mein Fleisch sehr teuer verkauft, aber es war immer noch zu billig eigentlich, dafür, wie wertvoll es ist. Also, ich bin dagegen, dass die Tierhaltung abgeschafft wird, weil es einfach eine Kulturleistung ist. Weil Tiere, also man kann schlecht sagen, wir wollen Artenvielfalt auf der Wiese, und wir wollen Insekten schützen, ohne Kühe auf der Weide. Kann ich die Insekten nicht schützen? Etc. Gibt ganz viele Gründe. Ich finde es aber im Prinzip gut, dass die Menschen zumindest mal kapiert haben, dass Rindfleisch ein Problem ist, wenn es in der konventionellen Massenproduktion hergestellt wird, und dass es mit weniger geht, ist natürlich ganz offensichtlich. Also, ich kenne nicht wenige Vegetarier und Veganer, die kein Fleisch essen, sehr konsequent, außer sie sind bei mir am Hof. Ja. Wurst ist das neue Rauchen, Herr Kubicki, sagt man. Haben Sie, hier sitzen zwei Vegetarier am Tisch übrigens. Gutes Recht, ich esse Fleisch mit großer Lust, und wir haben in der Jamaika-Kantine bei uns Fleisch, Fisch und Gemüse und Veggie, alles gemeinsam. Jeder kann sich nehmen, was er möchte. Ja, und Sie sagen, auch da sollte der Mensch sich eigentlich nicht einschränken? Ja, das soll er selbst tun. Oder sagen Sie... Ich möchte nicht, dass Robert Habeck mir sagt, was ich essen soll oder trinken soll. Oder sagen Sie, wenn ich eine Wurst weniger esse, der Chinese isst zwei. Nein, das sage ich nicht, weil Wurst bin ich äußerst zurückhaltend, weil die sehr fettreich ist. Und meine Frau schon gesagt hat, ich soll auf meine Figur achten. Das mache ich eher aus gesundheitlichen und nicht aus klimatischen Gründen. Aber versuchen wir es noch mal ernsthaft. Jeder Mensch hat natürlich auch ein Recht auf Selbstschädigung. Aber wenn das große Gut der Welt, nämlich die Atmosphäre, beschädigt wird, müssten wir dann Konsequenzen ziehen? Frau Inna, ich war gerade zwei Tage in den USA, da wird die Diskussion völlig anders geführt. Und wir sollten uns mal angucken, was in der Welt um uns herum passiert. Wenn Sie in Indien den Leuten erklären würden, sie sollen die Kühe abschaffen, die sie eigentlich gar nicht für die Ernährung brauchen, sondern die einfach als heilige Tiere durch die Gegend laufen und die sehr viel Methan in die Atmosphäre jagen, dann glaube ich nicht, dass die Menschen begeistert ihnen folgen würden. Aber wir könnten ja Vorbild sein. Ja, aber noch einmal, wir könnten Vorbild sein bei der Frage des Fleischessens, wenn es um unsere gesundheitliche Befindlichkeit geht. Aber zu sagen, wenn ich jetzt ein Kilo weniger Fleisch esse, rette ich das Weltklima, selbst wenn die 80 Millionen Menschen davon essen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht auch darum, Angebote zu machen, die die Leute mit Freude annehmen. Ich habe mit Interesse diese Flugdiskussion hier verfolgt. Ich meine, warum machen Sie die Bahn nicht so attraktiv, dass kein Mensch mehr fliegen will? Ja, wenn ich Bahn fahre, dann ist das Erste, was meine Frau fragt, hast du alle deine Medikamente mit? Ja, hast du was zu trinken mit? Es kann ja sein, dass du irgendwo Strand bist. Als ich heute Abend hierher gefahren bin, da fing das wieder an. Man weiß gar nicht, ob man überhaupt ankommt oder nicht. Ich war vor einer Woche auf den nordfriesischen Inseln, ja, Sie glauben gar nicht, was da los ist. Jeder Zug hat mindestens eine Stunde Verspätung, überfüllt, Waggons fehlen und deswegen fahren die Leute nicht Bahn. Machen Sie die Bahn ordentlich, dann fahren Sie auch und machen Sie die Bahn auch ordentlich in der Fläche, ja, dann werden die Leute umsteigen. Aber diese Angebote gibt es nicht und wenn Sie schmackhafte, vegetarische Essen zubereiten, ich esse auch in der Jamaika-Kantine, wie Sie wissen, da gibt es schmackhafte Kost und das wird so gut angenommen, da brauchen Sie gar nicht kommen mit dem erhobenen Zeigefinger. Angebote, gute Angebote, dann läuft das alles von alleine. So, und trotzdem wären wir wieder bei einer Preistrage, sowohl bei der Bahn als auch beim Fleisch, weil natürlich könnte man auch da sagen, wie Herr Mohr, das Schnitzel kann niemals nur für einen Euro verkauft werden, es müsste eingepreist werden Nitrat, es müssten die Subventionen eingepreist werden, die Antibiotika, Klimaschutz, also eigentlich zahlt der Steuerzahler viermal. Und umgekehrt müsste wieder ausgepreist werden, wenn die Kuh so gelebt hat, dass sie der Natur zuträglich ist. Die gute Kuh. Dann könnte man dann wieder, dann wäre plötzlich das tolle Biofleisch viel billiger als das andere. Ja, so, und damit sind wir wieder bei der Frage, wie verhindert man eine Gerechtigkeitsdiskussion, Herr Habeck, die sagt, dieses könnten sich wieder nur Menschen leisten, die viel Geld in der Tasche haben. Die Menschen müssen eben über das Geld nachdenken, wenn sie wenig in der Tasche haben, und können nicht über das Klima nachdenken. Und die Frau, die arme Rentnerin, tut viel mehr fürs Klima, weil die nämlich gar nicht fliegt. Wie löst man dieses Gerechtigkeitsproblem auf? Nun, alle Steuern, die Verbrauch besteuern, haben immer eine sozial-degressive, das heißt also die einkommensschwächeren Haushalte stärker belastende Wirkung. Das ist sozusagen im System so, wenn man 10 Prozent auf irgendwas legt, sind diejenigen, die diese 10 Prozent wie die Reichen bezahlen müssen, aber insgesamt weniger haben stärker betroffen. Das kann man nicht wegreden, das kann man nur über eine andere soziale Politik abfedern. Allerdings ist das im Landwirtschaftsbereich gar nicht unser erstes Problem, sondern wir leisten uns eine fantastische, oder widerliche Verschwendung. Ungefähr 25 Prozent der produzierten Lebensmittel gehen in die Tonne. Und wenn man sozusagen über Sparsamkeit redet und die Landwirte vernünftig bezahlen will, dann ist das das Erste, was man abstellen muss. Und das, also ich könnte hier Beispiele aus Schlachthäusern erzählen. Lieber nicht. Genau. Es ist blutig. Also wir haben kein soziales Problem im Lebensmittelbereich, wenn wir die Entwertung der Lebensmittel als erstes Mal stoppen würden. Und bekämpfen würden. Okay, es gibt und da einen, Frau Schulze, Sie sind dran, einen SPD-Vorsitzenden mit dem schönen Namen Sigmar Gabriel. Und der fragte sich und die SPD-Wähler, ich rauche übrigens, esse Wurst, schaue gern Soaps auf RTL und liebe All-Inclusive-Urlaube. Kann man das in der SPD noch sagen? Fragte Sigmar Gabriel. Kann man? Ja, klar kann man das in der SPD sagen. Das sind ja ganz normale Leute, die sowas tun. Wir müssen aber Anreize setzen, dass sich was verändert. Und ein großer Anreiz wäre zum Beispiel, die europäische Agrarpolitik zu ändern. Das ist eine politische Rahmensetzung, dass Landwirte heute gezwungen sind, so viel aus ihrer Fläche rauszuholen, wenn sie davon überleben wollen. Wir müssen da das anders gestalten. Es muss ein Geld dafür geben, wenn sie gesellschaftlich gewünschte Leistungen erbringen. Wenn sie Hecken pflegen, wenn sie sich darum kümmern, dass es Blühstreifen gibt für die Insekten und wenn sie eben weniger Tiere halten und die dafür eben umweltverträglicher. Dieses System können wir verändern. Und das ist das, wofür ich mich jedenfalls einsetze und was ich nach vorne bringen will und was wir jetzt tun. Und wir können auch den Weg ändern, wie wir CO2 in der Gesellschaft verbrauchen. Bisher, die letzten 20 Jahre, ist da zu wenig passiert. Ja, das stimmt. Aber wir haben jetzt ein neues Regelungssystem. Wir haben diesen gemeinsamen europäischen Verbund und es wird jetzt was kosten. Und zwar nicht nur der Energiebranche, sondern uns alle, wenn wir da nicht mehr machen. Wenn wir die Ziele nicht erreichen. Und deswegen ist es jetzt richtig, das in ein Gesetz zu gießen. Und ganz klar zu sagen, Verkehrsminister, du musst jetzt genau sagen, wie willst du die Klimaziele erreichen. Der Wirtschaftsminister muss das für andere Bereiche tun. Und das machen wir jetzt genau. Wir sind genau auf diesem Weg, das jetzt zu tun. Wir machen es in einer Art und Weise, wo wir die Leute auch mitnehmen. Halte nichts davon, immer wieder nur Zeigefinger zu machen. Wir müssen die Leute, wir haben jetzt auch sehr viel geredet, lassen wir einmal ausreden. Wir müssen die Menschen auch mit in den Blick nehmen. Und wir müssen sie mitnehmen. Und man kann nicht einfach sagen, das verbiete ich dir und das und das. Es muss günstiger werden, es muss das Einfachste sein, den auch ökologisch sinnvollsten Weg zu wählen. Und warum nur die Bahn? Warum gibt es nicht so eine App, wo ich einfach morgens eingebe, ich will da und dahin. Und das App wirft mir den besten Weg aus, wie ich da hinkomme, auf die ökologischste Art und Weise. Viele junge Leute wollen doch gar kein Auto mehr. Stärker, näher bei den Menschen was zu organisieren, was sie dazu anreizt, auch den ökologischen Weg zu gehen und nicht den anderen. Herr Kubicki hat eingeworfen, warum hat die Politik das nicht schon längst getan? Und es gibt Menschen, die sagen, wir wollen da gar nicht mehr auf die Politik warten, wir probieren das mal. Ich begrüße Petra Pinzler, sie ist Journalistin hier in Berlin und hat mit ihrer vierköpfigen Familie versucht, Frau Pinzler, klimafreundlicher zu leben. Und das ist schon mal irgendwie ein guter Versuch, um natürlich das Klima zu schützen. Was haben Sie in Ihrem Alltag alles verändert, um das zu erreichen? Wir sind eigentlich alle Bereiche des Alltags durchgegangen, weil wir uns tatsächlich ein ganzes Jahr vorgenommen haben. Der Grund war, meine Tochter, die hier hinter mir sitzt, die tatsächlich aus der Schule kam und sagte, ich muss meinen ökologischen Fußabdruck ausrechnen. Und da kam das raus, was Herr Lattie vorhin schon gesagt hat, wir liegen, wir flagen ein bisschen über dem deutschen Durchschnitt bei über zehn Tonnen und wollten runter auf diese zwei. Und dann haben wir einfach gesagt, gucken wir doch mal, was wir machen können. Und es sind uns dann durch das Jahr durch die einzelnen Bereiche gegangen, die man so im Leben hat, die Klamotten, das Fliegen, das Autofahren und haben dann gesagt, das schreiben wir dann mal auf, was uns damals mit uns widerfährt und was uns auch mit den anderen widerfährt. Und das Interessanteste nach dem Jahr war eigentlich, dass es uns gegangen ist wie bei einer Diät. Am Anfang denkt man, oh nee, und jetzt kann ich die Schokolade nicht mehr essen und den Kuchen nicht mehr essen. Und so in der Mitte fängt es an, sich gut anzufühlen, weil man plötzlich merkt, man wird ein bisschen schlanker und man kann sich besser bewegen und dann fing es an, Spaß zu machen. War es bequem? Also gab es irgendwas, wo Sie schon nach ein paar Wochen gesagt haben, um Himmels Willen, worauf haben wir uns da eingelassen? Also es war, glaube ich, am Anfang für jeden an einem anderen Punkt unbequem. Für unseren Sohn war es unbequem, als wir ihm plötzlich die heiße Dusche irgendwann mal abgestellt haben. Es ist echt fies. War schön gemein. Für unsere Tochter war es unbequem, dass wir sie nicht mehr zum Pony mit dem Auto gefahren haben, sondern sie dann mit dem Fahrrad hinfahren musste. Sie fand es aber irgendwann in Ordnung. Ich fand das mit dem Autofahren am Anfang auch unbequem beim Einkaufen, bis wir dann so einen Fahrradhänger gekauft haben. Und wir irgendwann, und das ist auch ganz interessant, einfach normalerweise nicht mehr zum Auto gegangen sind, sondern zum Fahrrad, weil wir festgestellt haben, dass die Verhaltensveränderung einfach Zeit braucht. Und ich fand es beispielsweise unbequem, nicht mehr in jeden Klamottenladen reinzugehen, denn auch das ist ein Teil der Wahrheit. Für Frauen, glaube ich, mehr als für Männer. Ich habe festgestellt, oder wir haben das dann ausgerechnet, dass mit dem Inhalt meines Kleiderschranks ich einmal um die Welt fahren kann. Also mit dem CO2, was entsteht, wenn man die Klamotten produziert. Das ist auch so ein Thema neben dem Fleisch und dem Fliegen. Also wir haben jeder einen anderen Punkt gehabt, wo es schwierig war. Und wenn man das zu viert macht, und das ist das Interessante, dann kann man sich gegenseitig so ein bisschen hochnehmen, weil jeder natürlich andere Punkte hat, die ihm peinlich sind und über die er stolpert. Ja, und die ein bisschen anstrengend sind. War es unter dem Strich teurer oder billiger? Weil auch Zeit kostet ja Geld. Ja, aber wir haben am Ende sogar Geld gespart. Wir haben beispielsweise, und das kann, glaube ich, jeder in Deutschland machen, über die Verbraucherzentrale einen Energieberater der Verbraucherzentrale bei uns im Haus gehabt. Und der ist dann durchs Haus gegangen, vom Dachstuhl bis zum Keller, und hat geguckt, wo sind unsere Energieverschwender. Und er hat das nicht aus klimapolitischen Gründen gemacht, sondern einfach, um zu gucken, wo können wir Strom sparen. Und dann haben wir beispielsweise das, was wir ewig aufgeschoben haben, die Fenster gedämmt und damit Strom gespart. Oder man könnte sagen, es ist unbequemer, dass ich jetzt nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fahre, sondern mit dem Fahrrad. Ich muss zugeben, ich wohne in Berlin, da geht das leichter als beispielsweise auf dem Land. Aber ich habe damit den Sport in den Alltag integriert. Und so der ganze Ärger, den ich möglicherweise manchmal aus der Redaktion mir nach Hause nehme, den kann ich dann abradeln. Und muss nicht extra noch ins Sportstudio. Nicht noch in ein Yoga-Studio, alles klar. Also Ihre Tochter wird eine Granatenarbeit abgeliefert haben. Sie haben ein Jahr im Selbstversuch das ausprobiert und sind zu wirklich tollen Ergebnissen gekommen, weil Sie konnten CO2-Ausstoß sparen. Was von dem, was Sie entschieden haben als Familie, haben Sie dann nach diesem Jahr in Ihren Alltag übernommen? Also was wir nicht mehr machen, ist in Deutschland privat fliegen. Wenn wir international nochmal fliegen, dann kompensieren wir es. Also man kann quasi die Verschmutzungsrechte dann von anderen kaufen. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass wir tatsächlich nicht so sendungsbewusst mehr auftreten. Am Anfang waren wir unglaublich stolz und haben gesagt, wir machen was Tolles und ihr nicht. Und dann fühlten sich Leute sehr häufig vor den Kopf gestoßen. Das haben wir in der Debatte ja auch schon ein paar Mal gehört. Sondern wir lassen einfach bestimmte Dinge. Also wir lassen das mit dem Fliegen. Wir haben das Auto am letzten Wochenende abgeschafft. Dass das Haus gedämmt ist, das bleibt eben einfach. Und das Interessante ist, dass wir alle, und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, und da ist auch so diese Klemme zwischen dem privaten Verhalten und dem politischen, dass wir alle auch unsere Kinder politischer geworden sind. Weil meine Tochter beispielsweise jetzt vielmehr mit dem Fahrrad fährt und sagt, es kann doch nicht sein, dass ich mit dem Fahrrad fahre, also mich ökologisch richtig verhalte, die Autofahrer mir aber ständig die Vorfahrt nehmen. So, und damit ist, also ein kluges Kind, sie ist noch nicht fertig mit der 10. Klasse, sonst könnten wir auch mit ihr reden. Aber die Frage ist natürlich aus Ihrer Sicht, Frau Pinsler, was sollte die Politik vermeiden? Vielleicht große Ankündigungen? Also, wir waren am Ende sehr, so ein bisschen überdrüssig, diese Ankündigungen. Denn auch wir haben festgestellt, dass wir diese ganzen Ziele, und ich schreibe ja nun viel über Umwelt und Klima, gar nicht mehr auseinanderhalten können. 2020, 2040, 2030, die europäischen Ziele, die deutschen Ziele. Ich würde sagen, mit vielen Punkten kann die Regierung natürlich sofort was machen. Und ein paar haben wir gehört. Warum ist denn beispielsweise das Flugbenzin nicht besteuert? Warum wird das ökologisch richtige Verhalten eigentlich eher bestraft und das Falsche belohnt? Ich glaube, uns würde das Leben sehr viel einfacher gemacht werden, wenn Berlin viel mehr Radwege bauen würde. Warum darf jeder sein Auto auf der Straße parken? Keiner darf seinen Schrank auf die Straße stellen. Also zu Kleinigkeiten. Frau Pinzel, klasse das, wie Sie heute bei uns haben. Vielen herzlichen Dank. Und zurück in die Runde. Ja, da ist eine tolle Familie auf eine gute Idee gekommen, Herr Herbeck. Warum trauen die Grünen eigentlich ihren Wählern nicht noch mehr zu in dieser Hinsicht? Also, die trauen sich das zu. Warum gibt es so wenig Zutrauen von Ihnen, auch in Bezug auf Ihre Wähler? Doch, wir trauen allen Menschen alles zu, nur vor allem Politikern. Und noch einmal, es ist einfacher, keine Ahnung, wie viele sind es im Kabinett, 20 Leute dazu kriegen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, als 80 Millionen, geschweige denn 7 Milliarden Menschen dazu zu bekommen. Und das muss der Hebel sein. Und das ist ja auch die Entlastung. Das ist das Entlastungsversprechen von Politik, dass wir bestimmte allgemeine Entscheidungen delegieren können. Und das ist der politische Ansatz. Und deswegen werde ich immer ganz unruhig, wenn ich meine geschätzte Umweltministerin, die mir reden, höre. Ja, also vielleicht kommen wir dann mal eben auch substanziell zu diesem Thema. Sie ist gleich dran. Und wir gucken uns noch mal die deutsche Klimabilanz an. Warum haben wir eigentlich immer diese Vorbildrolle inne und sagen, dass wir große Klimaschutzvorreiter sind und am Ende reißen wir unsere eigenen Ziele? Es wird immer heißer. Seit 1880 gibt es globale Temperaturmessungen. Die NASA zeigt in diesem Video einen Trend, der seit Jahrzehnten kontinuierlich anhält. Ist er zu stoppen? Im Dezember 2015 wurde das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Das Ziel, die Erderwärmung durch weniger CO2-Ausstoß auf unter 2 Grad zu beschränken. Für das Eis an den Polen aber könnte selbst das zu viel sein. Wir haben in den letzten 40 Jahren eine Erderwärmung gehabt von etwa einem Grad und wir haben etwa die Hälfte vom Meereis in der Arktis verloren. Und daraus lässt sich jetzt relativ einfach ableiten, dass man mit einer zusätzlichen Ein-Grad-Erwärmung die andere Hälfte verlieren könnte. Das ewige Eis würde verschwinden. Was genau die Zukunft bringt, ist schwer vorherzusagen. Eines aber ist schon jetzt klar. Deutschland hinkt hinterher. Die selbstgesteckten Ziele für 2020 sind nicht mehr zu schaffen. Ja, 2020 werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Hätten wir auch vor zehn Jahren schon ambitionierter reingehen müssen. Jetzt ist das Ziel, dass wir die 2030-Ziele auf jeden Fall erreichen. Frau Schulze, da haben wir Sie noch mal gesehen. Also auf der einen Seite wird Donald Trump beschimpft. Es wird gesagt, wir sind glänzende Klimaschutzkämpfer. Auf der anderen Seite reißen wir unsere eigenen Ziele. Ist es auch in Ihren Augen nicht einfach scheinheilig? Nein, das finde ich nicht. Wir haben eine ganze Menge erreicht. Wir haben die letzten 20 Jahre noch nicht genug getan. Das stimmt. Wir müssen noch mehr tun. Aber wir haben... Die CO2-Emissionen steigen in Deutschland. Einmal ausreden lassen. Ich habe Sie auch ausreden lassen. Das ist wirklich einmal einen Satz zu Ende sprechen lassen. Wir haben eine ganze Menge schon erreicht. Wir werden international dafür gelobt, dass wir dieses Erneuerbare-Energien-Gesetz auf den Weg gebracht haben. Wir haben es geschafft, dass wir heute fast 30% erneuerbare Energien haben. Dass das bezahlbar ist. Dass das auf den Markt gekommen ist. Wir schaffen ganz viele kleine Sachen. Morgens im Bus treffe ich ganz oft einen Stromsparscheck-Berater, der mir jedes Mal wieder erzählt, was sie da machen. Das sind Leute, die in die Haushalte gehen, die eben nicht so reich sind. Und die einfach helfen, Strom einzusparen. Die schaffen es, dass so eine Familie dann 150, 200 Euro im Jahr einsparen kann. Das sind ganz konkrete Dinge, die wir da nach vorne bringen. Ich finde, wir sind gar nicht so schlecht. Aber es reicht noch nicht. Wir müssen noch mehr tun. Wir werden im Verkehr, im Gebäudebereich, wir werden im Energiebereich noch eine Menge machen. Wir haben vereinbart, dass wir aus der Kohle aussteigen. Als einziges Land steigen wir aus Atomkraft aus und aus Kohle. Wer macht denn das sonst? Das ist natürlich das Schreiben. Gleich an der nächsten Frage. Ist die Vorbildfunktion allein der SPD schon deshalb futsch, weil sie eben nicht aus der Kohle aussteigen will? Wir werden aus der Kohle aussteigen. Das, was die SPD sagt, ist, dass wir die Leute mitnehmen müssen. Wir haben Regionen, die sind heute ganz stark in der Kohle aktiv. Da arbeitet die Hälfte der Bevölkerung im Bereich der Kohle. Da können wir doch nicht einfach sagen, jetzt ist Schluss hier und morgen habt ihr keine Arbeit mehr. Wir müssen diesen Wandel organisieren. Wir müssen das sozial gerecht organisieren. Wir müssen die Leute vor Ort da mitnehmen. Das ist jedenfalls sozialdemokratische Politik. Wir werden aus der Kohle aussteigen, aber wir werden das mit den Menschen in der Region gemeinsam tun. Wir gucken noch mal ganz kurz zurück. Sie haben, auch das war ein Streitpunkt in den Jamaika-Verhandlungen. Sie haben gesagt, diese 2020er Ziele werden wir nicht reißen. Warum glauben Sie eigentlich, dass die SPD für die Frau Kanzlerin ein besserer Partner ist in Bezug auf den Klimaschutz? Das glaube ich gar nicht. Also was stellen Sie mir diese Frage? Wir wären mit sich ja beide bessere Partner für Frau Merkel gewesen im Bereich Klimaschutz. Aber das war einer der zentralen Punkte. Das würde ich gleich als nächstes fragen. Ja, einer der zentralen Punkte, weil Sie immer die Frage stellen müssen, können Sie in der Kürze der Zeit das schaffen, was vor 15 Jahren versprochen worden ist? Frau Schulz hat ja selbst gesagt, Frau Ministerin, in dem Interview gerade, wir haben 10 Jahre eigentlich nichts getan. Und das Erste, was ich gehört habe, als diese große Koalition ins Werk gesetzt wurde, hieß es von der sozialdemokratischen Seite, wir machen uns jetzt ehrlich. Was ist das eigentlich für eine Ansage? Wieso sollen wir glauben, dass in den letzten 10 Jahren nichts passiert ist, in den nächsten 10 Jahren was passieren wird? Wieso sollen wir das glauben? Es ist doch nicht nichts passiert. Was ist denn, wir haben 60% zusätzliche CO2-Emissionen gegenüber 2005. Weil wir ein Wirtschaftswachstum haben und weil die Menschen wieder mehr Kinder kriegen. Doch sagst du doch, was ist, was wir wollen, dass die mehr Kinder bekommen und Wirtschaftswachstum haben? Und weil wir immer noch einen Kohleausstoß haben und eine Autoindustrie? Das hört jetzt auch mit Ihnen, dass die Menschen mehr Kinder kriegen und wir dann auch schaffen haben. Nein, natürlich nicht. Aber man muss doch auch ehrlich sagen, warum wir unsere Ziele nicht erreicht haben. Wir haben uns doch angestrengt. Wir haben eine ganze Menge gemacht. Das hat nicht gereicht. Okay, dann müssen wir jetzt mehr machen. Aber dass wir gar nichts gemacht haben, stimmt nicht. Wir haben eine ganze Menge vorangebracht, aber es hat noch nicht gereicht. Das sage ich ja auch. Sie haben ja Diesel subventioniert. Wir wollen genau darüber noch mal reden. Frage geht an Mutti Blattiv. Wir können nicht mehr sagen, Herr Lativ, dass wir Vorbild in der Klimapolitik sind. Da nicken Sie. Warum ist das aus Ihrer Sicht so? Warum sind wir nicht mehr Vorbild? Also ich wundere mich schon, Frau Schulze. Als wenn dieses Thema vom Himmel gefallen ist. Auf einmal haben wir ein Klimaproblem. Ich meine, wir hätten vor 20 Jahren schon anfangen können, diesen Strukturwandel irgendwie zu steuern. Da hätten wir heute nicht diese Probleme. Aber wir sitzen die Dinge einfach aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade unter der Kanzlerschaft von Frau Merkel wird nur ausgesessen und es wird überhaupt nichts mehr gemacht in Sachen Klimaschutz. Und das kann so nicht weitergehen. Ich meine, wir haben doch alle Möglichkeiten. Wer denn, wenn nicht wir, soll denn vorangehen? Ich meine, Sie können doch nicht bei den internationalen Verhandlungen ernsthaft einem Inder gegenüber treten und den für den Klimaschutz begeistern, wo jeder von uns fünfmal mehr CO2 ausstößt als mein Gegenüber. Bei den internationalen Verhandlungen geht es um Vertrauen, geht es um Glaubwürdigkeit. Sonst bewegt sich überhaupt nichts. Und wenn wir das nicht wieder erzeugen, wenn wir das nicht hinbekommen, ja, werden wir hier kein anderes Land mehr mitreißen können. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass in Amerika so ein Vollidiot regiert. Also, ja, das muss man mal so deutlich sagen. Der sagt tatsächlich, der Klimawandel... Der Klimawandel sei eine Erfindung der Chinesen, um den Amerikanern zu schaden. Ja, das sagt der ernsthaft und er findet auch noch Follower. Und deswegen denke ich auch, Sie haben ja recht, Herr Kubicki, wenn Sie sagen, wir können das nicht national schaffen. Aber ich denke mal, und da ist schon das Wichtige, was Sie gesagt haben, Frau Schulze, Deutschland hat natürlich einen Verdienst, aber wir lassen nach. Deutschland hat einen Verdienst. Das werden wir Deutschland, und das wird die Welt Deutschland, auch nicht mehr nehmen können. Deutschland hat die erneuerbaren Energien bezahlbar gemacht. Deswegen boomen sie überall in der Welt. Und wir haben heute schon mehr Investitionen weltweit in die erneuerbaren Energien als in die konventionellen Energien. Und worum es jetzt geht, ist, diese Dynamik zu beschleunigen. Und, okay, und da fallen mir zwei Fragen ein. Die eine Frage ist die nach den Arbeitsplätzen, Herr Mohr. Es geht bei der Autoindustrie, als auch bei der Kohleindustrie, immer um Arbeitsplätze. Und das ist dann das viel wichtigere Argument, um zu sagen, danach kommt erst der Klimaschutz und wahrscheinlich auch erst Frau Schulze mit Ihrem Anliegen. Wie kommt man aus diesem Konflikt heraus? Indem man mal guckt, also wir reden jetzt von Zahlen. Da höre ich, also wenn ich nicht mal am Mörker fliege, dann kann ich mein SUV weiterfahren. Oder wenn ich hier finanzielle Anreize kriege, wenn ich mein Kind nur noch Freitag schlage und nicht die ganze Woche kriege ich einen finanziellen Anreiz. Und all diese schönen Dinge. Ich bin ja der einzige Laie und der einzige Nicht-Politiker in der Runde. Ich möchte gerne in einem... Ja, auch nicht. Ich auch nicht. Aber er ist kein Laie. Ich bin noch dazu Laie. Ich hätte ganz gerne ein Land, in dem ich mich ernst genommen fühle als Bürger, in dem die Politiker das tun, was sie zu tun haben, nämlich Schaden vom Volk abzuwenden. Da wir ein globales Volk sind, ist es vielleicht nicht ganz einfach, aber wenigstens Schaden vom deutschen Volk. Mir hat es sehr gut gefallen, dass die gescholtene Frau Merkel damals gesagt hat, ich habe geschworen, Schaden vom Volk abzuwenden. Und deswegen bin ich sofort dafür, diese Atomenergie zu verlassen. Sie haben es erwähnt, ich denke immer, ich habe schlechtes Gewissen, dass ich meine Plastiktasche nicht entsorge, weil dann kommt das ins Meer und dann gibt es da Mikroplastik und das ist überhaupt das Schlimmste. Und dann erfahre ich, dass wir hier eine Industrie haben, die Mikroplastik in der Zahnpasta, im Shampoo, überall. Hä? Da frage ich mir, warum ist das erlaubt? Wer verdient? Wer verdient, das ist die Frage für mich, wer verdient eigentlich, doch nicht ich, der ich einfach nur die Dinge kaufe, die hier rum sind und meine Freiheit, die ja Kubik zurecht verteidigt, wahrnehme, sondern wer verdient an diesen verdammten Flügen? Wer verdient an den Shampoos? Wer verdient an den Plastiktüten? Wer verdient an den SUVs? Und warum dürfen die das? Das ist die große Frage, die ich mich als Laie einfach stelle. Warum bin ich immer schuld, wenn ich sage, okay, ich habe es doch nicht erfunden, dass hier das Einkaufszentrum ist, hier ist mein Arbeitsplatz und da fliege ich in Urlaub, weil da, wo ich wohne, ist es schon so hässlich, dass ich in Urlaub fliegen muss. Ich bin an allem schuld. Nein, wo sind die Verursachen? Das Verursacherprinzip. Wer tut es und wer wird reich damit? Und damit sind wir bei der Frage an die Politik. Wie können die Erzeuger für das, was sie an CO2 ausstoßen, verantwortlich gemacht werden, Herr Kubicki? Da sagen Sie... Indem die auch die Industrie in die Pflicht genommen werden, ihr müsst diese Hardware umbauen, ob das kostet oder nicht. Es muss sein. Dann sagt die SPD, aber wir dürfen der Autodindustrie nicht schaden, wie die Arbeitsplätze. Nein, ich habe das gefordert, dass man das macht. Ja, Sie schon. Aber wissend, dass Ihre Parteikolleginnen und Kollegen natürlich sagen, nein, das können wir nicht machen. Nein, da ist eine große Mehrheit in der SPD. Ganz eindeutig. Nein, Herr Scholz ist hier doch gleich zurückgekommen. Nein, hat er nicht. Doch. Nein, er hat mit mir gesprochen. Waren Sie, haben Sie mit ihm darüber gesprochen? Also die deutsche... Das heißt... Er hat mich nicht zurückgekommen. Das heißt, die SPD... Es gibt eine deutliche Mehrheit für Hardware-Nachrüstungen in der SPD. Ja, ja. Wir verlangen das überall. Ich habe so einen Betrüger. Aber Sie können sich nicht gegen Herrn Scheuer durchsetzen. Nein, es ist ein Rechtsstaat hier. Und wir können nicht das Recht aushebeln. Wir können sagen, wir wollen das haben. Aber die Rechts schaffen können Sie schon. Ja, wir können jetzt sagen, dass die Autos, die jetzt auf den Markt kommen, eine schärfere Grenzwerte haben. Das ist eine Weckschleude, die ich gekauft habe, weil sie umweltfreundlich war, angeblich. Darf ich nur sagen, Frau Schulze, es sitzen einige der Automanager in Haft. Warum sitzen die in Haft? Nicht, weil sie... Weil sie manipuliert haben, ja. Als Verbrecher. Ja, aber gerade, weil sie von einem Rechtsstaat reden. Wenn jemand wegen Betrugsverdachts, immer noch unschuldig, wenn er verurteilt worden ist, wenn er wegen Betrugsverdachts in Haft genommen wird, dann kann die Regierung vielleicht darüber nachdenken, ob es den Automobilkonzernen, denen dieser Betrug von der Justiz unterstellt wird, vielleicht verpflichten kann, die Hardware-Nachrüstung auch zu bezahlen. Dass der Schaden ist beim Betrug, was denn sonst? Ich bin Verteidiger wie Sie. Das kann ein Gericht machen. Das kann die größte Geraden machen. Wir kommen da gesetzlich nicht ran, das wissen Sie ganz genau. Das kann ein Gericht, kann die verurteilen, aber wir können doch nicht die Gerichte spielen, sondern wir können sagen, wir wollen diese Hardware-Nachrüstung und wir können für die nächsten Autos die Grenzwerte schaffen. Und Herr Scheuer kann sagen, und das sagt er die ganze Zeit, wie sein Vorgänger Herr Dobrindt, dass er lieber möchte, dass die Leute neue Autos kaufen. Ja, aber das ist nicht mein Ansatz. Das Risiko, um die Typen zu entziehen, würde ich mich verletzen. Nochmal, 5 sind keine alten Autos, das will ich nochmal sagen. Und wir setzen uns, die SPD setzte sich, und ich setzte mich für diese Hardware-Nachrüstung ein. Wir sind auch schon ganze Ecken weitergekommen. Wir machen das jetzt schon für die Busse. Und das muss kommen. Der Druck auf die Automobilindustrie, den mache ich jedenfalls jeden Tag. Da geht es nicht nur um Verbrauch, sondern es geht sogar um Betrug. Und dann nochmal die Frage, Herr Habeck, wenn bei der Autoindustrie und bei der Kohle es immer um Arbeitsplätze geht und um eine Größenordnung von Arbeitsplätzen, ist dann immer irgendwie Schluss mit dem Klimaschutz? Das ist ja eine Schimäre. Der Dieselverkauf bricht ein. Also wer glaubt, er schützt die deutsche Automobilindustrie oder die deutsche Energieindustrie, indem sie an Diesel oder an Kohle festhalten, der spricht die Unwahrheit. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Die Leute kommen jetzt Benzine und damit geht es CO2 wieder runter. Und um es einmal kurz zu sortieren, weil ich meine, diese Figur mit aller persönlichen Sympathie von Frau Schulze, wir reißen die Klimaschutzziele 2020, wir können sie nicht einhalten, was übrigens falsch ist. Wir könnten sie einhalten, wenn wir uns anstrengen. Aber nur mit Maßnahmen. Aber die politische Figur ist nicht, oh, wir haben da ein Problem, umso stärker sind wir jetzt in der Gegenwart, sondern dann machen wir es 2030. Und das wieder, jetzt muss ich es einmal durchdeklinieren. Doch, wir sprachen eben über Nachrüstung. Da geht es um Stickoxide. Um es mal kurz zu trennen, den CO2-Ausstoß möchte Europa, Europa möchte den CO2-Ausstoß der Automobilflotte zum Jahr 2030 halbieren. Frau Schulze fand das gut, hat sich dem angeschlossen. Herr Scholz hat ihm widersprochen. Nicht sagen, die SPD ist die Vorreiterin beim Klimaschutz. Die Kohlekraftwerke wiederum haben eine europäische Richtlinie einzuhalten, die die Stickstoffemissionen halbieren sollen. Gegenüber jetzt. Oder nur ein Viertel runtergehen, aber halbieren dann mit Bezug auf internationale Standards. Wer weigert sich das umzusetzen? Die deutsche Bundesregierung. Wir könnten unabhängig von Kohlekommissionen, nur indem wir europäisches Recht umsetzen, jetzt schon mit einem Hebel, der da ist, dafür sorgen, dass wir 20 Kohlekraftwerke aus dem Verkehr nehmen. Es ist alles da. Deswegen, um mit dem Veggie zu ziehen, diese Wurstigkeit in der politischen Argumentation, die schädigt das Klima. Ja, die schädigt das Klima. Was sagt den Liberalen, Herr Kubicki, das Zustichwort? Wir waren ja beide gemeinsam dabei. Also, Frau Merkel war bereit, sieben Gigawatt aus der Energieerzeugung herauszunehmen, was ja das bedeutet, die Braunkohlekraftwerke abzuschalten. Das sagt jetzt nicht an der FDP, dass sie da hin getrieben wurde. Das lag auch nicht an euch. An uns lag es. Damit sind sie ja von alleine geworden. Es lag ja natürlich nur an uns. Und deswegen passiert das ja auch nicht, weil jetzt zwei Partner, die die Industrie schützen wollen, Frau Nahles rühmt sich ja damit, vor Bergleuten zu sagen, wir haben dafür gesorgt, dass die sieben Gigawatt nicht abgeschaltet werden. Die regieren das miteinander. Das ist ja auch, das dürfen sie ja auch. So ist halt der demokratische Prozess. Nur soll man sich da nicht hinsetzen und sagen, wir machen Klimaschutz. Alle, die Daten sprechen dagegen, die Handlungen sprechen dagegen und die SPD spricht auch dagegen. Aber dann will ich mal ganz deutlich sagen, ich will darauf ganz deutlich sagen, uns geht es nicht nur um Gigawatt, uns geht es um die Menschen vor Ort. Und wir wollen, dass wir das hier gemeinsam voranbringen. Und wir werden das voranbringen. Wir haben ganz klar gesagt, wir steigen aus der Kohle aus. Wir machen das aber nicht so, dass in den Regionen dann alle Menschen arbeitslos sind und da keine Perspektive mehr herrscht. Das kann man doch überhaupt nicht zumuten. Sie können auch nicht ganze Regionen einfach leer fegen und sagen, dann geht ihr mal halt woanders hin. Die Leute sind ja zu Hause. Die wurden da. Und wir setzen uns dafür ein, dass es da auch in der Zukunft noch Arbeitsplätze gibt. Und das ist der richtige Weg. Auch in den Regionen, wo heute Kohle ist, haben Leute ihre Heimat. Und um die kümmern wir uns. Und für die werden wir wieder Arbeitsplätze dort schaffen. Und das werden wir gemeinsam machen. Wir steigen aus der Kohle aus. Nein, das tun Sie nicht. Sie lassen gerade zu, dass ein Wald in NRW gerodet wird. Nein, Sie lassen gerade zu, dass gerade neue Abbaugebiete entstehen. In NRW wird ein Wald gerodet. Und das nennen Sie Ausstieg aus der Kohle. Sie müssen doch zumindest sagen, wir machen keinen neuen Einstieg. Also solange die Kommission tagt, gibt es so eine Art Moratorium für neue Baugebiete. Sie leisten doch jetzt der nächsten Industrieforderung vor. Guck an, wir haben doch den Wald schon gerodet. Wir brauchen noch mal eine Milliardeumschädigung. Das ist doch kein Kohleausstieg, was Sie machen. Sie verlängern die Industrie mit allem, was Sie können. Nein, da bin ich ganz klar, dass jetzt dieser Wald gerodet werden soll. Das ist für mich genauso wenig erklärlich, wie das, wenn man jetzt irgendwie einen Kraftwerk zumachen würde und sagen, diese Leute entlassen wir schon mal. Ich finde, dieses Störfeuer kann man absolut nicht gebrauchen, in der Phase, wo es darum geht, einen gesellschaftlichen Kompromiss hinzubekommen. Aber Sie haben die Mittel doch, dann ändern Sie es doch. Ich habe das ganz klar gesagt, dass das so nicht geht. Und es ist eben auch keine Diskussion von gestern. Die großen Energieförer sind alle in öffentlicher Hand. Kein privater großer Konzern ist da. Sie könnten das schon auf der Erzeugerebene regeln, wenn Sie das wollten. Und ich sagte schon, es gibt eine europäische Richtlinie, die Stickstoff-Emission einzugrenzen. Das müssten wir umsetzen nach europäischem Recht. Die Mittel sind da. Wenn das umgesetzt würde, das ging da gar nicht um CO2, aber die deutschen Kohlekraftwerke sind viel zu dreckig, dreckiger als die amerikanischen, dreckiger als die chinesischen, dann hätten Sie morgen einen Hebel, um die Rodung vom Hambacher Forst und von neuen Abbaugebieten zu untersagen. Sie können es machen. Sie müssen nicht hier sagen, das ist so schlimm und ich erwarte das. Sie sind doch jetzt in der Verantwortung. Sie müssen doch, ich meine, wer regiert denn dieses Land? Dann machen Sie es doch, wenn Sie es richtig finden. Und Nils sagt gestern. Frau Schulze, wir hören noch einmal multiplativ, wie hoffnungsfroh er ist, dass wir Paris' Klimaziel erreichen. Kurze Antwort. Also Paris sagt ja deutlich unter 2 Grad. Erdewärmung begrenzen. Was die Kohle angeht, ich meine, wenn man aussteigt, könnte man zum Beispiel E-Busse da bauen. In Deutschland werden keine E-Busse gebaut, was für ein Schwachsinn. Wir brauchen E-Busse, um die Luftqualität hinzubekommen, aber wir müssen sie importieren. Was ist denn das eigentlich für eine Industriepolitik, die hier betrieben wird? Aber ich bin immer noch optimistisch. Ich habe es vorhin kurz angedeutet, weil die erneuerbaren Energien boomern. Und Aufgabe der Politik muss es sein, jetzt tatsächlich dieses Momentum aufzugreifen, damit das dann wirklich so eine Revolution wird, eine industrielle Revolution. Und auch da den Verbrauch zu besteuern. Und eben nicht in erster Linie den Ökostrom. Das geht von ganz alleine, so ähnlich wie bei dem Smartphone. Wenn die Leute merken, Mensch, da habe ich was von, das kann man gut gebrauchen, das macht Sinn. Und Masse macht dann letzten Endes auch den Preis runter. Und darum geht es letzten Endes. Und deswegen nochmal, also bitte jetzt nicht in Sack und Asche gehen, sondern die Dinge anpacken, und dann kriegen wir es auch hin. So, nehmen wir das als Schlusswort an diesen Donnerstagabend. Ganz herzlichen Dank in die Runde. Es braucht ein extra Dankeschön an Frau Pinzler und Ihre Familie. Und Ihnen hier ein herzliches Sowieso. Und ich zitiere einen alten Spruch und sage, viel Freude beim Vermehren der gewonnenen Einsichten. Und gebe weiter an Markus Lanz, der heute unter anderem Thilo Bode zu Gast hat. Tschö, bis nächsten Donnerstag. Ganz herzlichen Dank. Tschüss, bleiben Sie heute irgendwie. Merci bien. Danke.